Du musst um 22.30 Uhr sein. Er macht sein Fahrrad nicht. Ne. Aber guck mal, der hat ein Licht auf dem Kopf. Wer denn? Sie. Das wäre auch was für mich da mitzufahren, ein auf die Stücke machen. Was für ein Schnecken-Fambo. Bei dem würde ich mitfahren. Das ist ein Halisand. Ja, das ist ein Langsam. Ja, das ist ein Langsam. Ja, das ist wie eine gelbe Wärme. Da wird es mir warm, sage ich. Das habe ich vor. Das ist ein Wärme, das ist ein Wärme. Das ist ein Wärme. Das kann ich ja mit ihr dann nebenher fahren. Ja, das ist ein Wärme. Wenn du mal mal lebst, haben die Leute ohne Helm, die die Knall sind. Das ist ein Wärme. Sag es mal. Na, was denn. Die sind doch falsch. Wunderschöne Wir haben eine UBI-Land. Gute Taktik. Gute Taktik. Gute Taktik. Gute Taktik. Na, es klingt wirklich aus, weil wir nicht mehr können. Hier, wir gehen hier mal hin, aber es will nicht mehr gehen. Das ist aber super, jetzt nicht. Das ist ein Foto. Da ist ein Foto. Vielen Dank.